Ich habe was extrem Verrücktes und wahrscheinlich auch Leichtsinniges gemacht. Ich bin hier in Deutschland in den Zug gestiegen, 36 Stunden mit dem Zug gefahren und in Bulgarien ausgestiegen und wollte eine Frau treffen, mit der ich noch nie telefoniert habe, mit der ich noch nie eine SMS geschrieben habe, nie per WhatsApp etc. kommuniziert, auch nie bei Social Media. Und das Einzige, wie ich mit dieser Frau kommuniziert habe, ist über Briefe. Das heißt, ich habe wirklich auch per Briefwechsel ausgemacht, wann ich ankomme in Bulgarien an dem Bahnhof und wann sie und ihre Family mich dort abholen können etc. Und ich bin dort angekommen und es war niemand da. Es war 22.30 Uhr abends, kein Mensch da. Doch, es waren ein paar Menschen da, ein paar Obdachlose und ein bewaffneter Sicherheitsdienst. Es waren zwei Personen von dem Sicherheitsdienst, die an dem Bahnsteig patrouilliert sind, was ich jetzt nicht vertrauenserweckend fand. Und ja, in dem Moment, als ich dort dann saß, habe ich mir überlegt, hey Dominik, scheiße, das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Du hättest vielleicht doch mal die Telefonnummer austauschen können und vielleicht auch mal einfach telefonieren vorab. Ja, das sind Geschichten und ich bin per Bahn hingefahren, diese 36 Stunden und der Zug hatte Verspätung. Das wusste ich. Ich wusste nicht genau, wie viel Verspätung er hatte, aber ich wusste, er hat Verspätung und es war einfach keiner da. Und ich habe auch tatsächlich keine Nummer ausgetauscht, nicht mal die Festnetznummer. Also total bescheuert im Nachhinein. Und was ich gemacht habe dann, ist, ich bin dort gesessen, zwei bis drei Stunden. Aber ich hatte natürlich ihre Adresse, ihre Anschrift. Inzwischen war es 1 Uhr nachts und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und habe einen Taxifahrer angeheuert und habe ihn zu dieser Adresse fahren gelassen. Durch die Nacht, er konnte weder Englisch, er konnte natürlich auch kein Deutsch, er konnte kein Französisch. Wir konnten uns mit keiner Sprache, die ich irgendwie kann, verständigen. Aber ich hatte die Adresse aufgeschrieben und dann sind wir da hingefahren. Und irgendwann sind wir auf eine Schotterpiste gekommen, in einem kleinen Ort. Es war dunkel, ab und an eine Straßenlaterne und dann hat er gesagt, hier sind wir jetzt. Ich habe gesagt, okay, ob er sich sicher ist und er hat mir verständlich gemacht, er ist sich sicher, hier sind wir. Und okay, ich bin ausgestiegen, er ist weggefahren und es kamen direkt ein, zwei Straßenhunde, die zum Glück lieb zu mir waren, die nur schnüffeln wollten. Das heißt, das hat mich schon mal gefreut, dass mich da jemand willkommen heißt, in dem Fall die beiden Straßenhunde. Aber ansonsten habe ich mich umgeschaut und nichts. Straßenlaterne, eine in der Ferne, Schotterpiste, nicht geteerte Straße, aber ein paar Häuser habe ich in der Dunkelheit gesehen. Und auch ein, ich glaube, das waren zwölf Stockwerke, das Haus, also wirklich ein höheres Haus, ein typischer Plattenbau. Es sah runtergekommen aus und dann habe ich erst mal versucht, den Straßennamen zu finden. Habe ich gefunden und bin dann auch zu der Hausnummer und habe sie tatsächlich gefunden, die Hausnummer. Es war die 17a, hieß das. Und das war tatsächlich dieser eine Plattenbau. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt noch 17b. Das war ein anderer Plattenbau, der im Hintergrund war. Und 17a, da habe ich also immer diese Briefe hingeschickt und ja auch Post zurückbekommen. Dann bin ich zu der Tür, die war zu, die klingeln, rausgerissen, die Kabel hingen raus. Und ich habe aber noch an einem Fenster Licht gesehen im achten Stock. Und inzwischen war es ja wirklich nachts, zwei Uhr. Und habe mir gedacht, ja, wunderbar, keine Ahnung, ob diese Person hier wohnt, ob diese Person wirklich eine Frau ist. Keine Ahnung, Dominik. Das war nicht die beste Idee deines Lebens, aber vielleicht eine der spannenden Ideen. Zumindest im Nachhinein. Es hätte auch echt schief gehen können, die Sache. Da habe ich mir gedacht, okay, ich warte bis morgens, die Tür ist zu, bin da ein bisschen rumgelaufen. Und ja, und dann ist dort eine Person langgelaufen und in Richtung des Hauses. Dann bin ich ihr gefolgt, aber in gewissem Abstand, die ist zur Tür reingegangen. Und die Türe, die hat so ein Mechanismus, dass sie langsam zugegangen ist. Und ich bin hingerannt und habe noch den Fuß in den Türspalt bekommen. Ich habe noch gerufen, aber hat nur noch einen Klack gehört. Also die ist irgendwo in eine Wohnung reingegangen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, da wohnen tatsächlich Menschen. Das ist erst mal gut. Und bin dann hingegangen und habe wirklich geschaut, okay, wo wohnt die Person? Und habe dann die Klingelschilder gesehen. Und da waren aber größtenteils halt keine Namen dran. Ein paar waren Namen und ich habe den Namen nicht gefunden. Und habe mir gedacht, Mist, das ist echt. Ich habe dann geschaut und mir überlegt, okay, achter Stock, da wusste ich ja, da brennt wirklich Licht. Und bin dann dahin gegangen, wo ich wusste, von der Orientierung her, da muss Licht brennen zu dieser Wohnung. Und habe mir gedacht, scheiß drauf, all in, ich klingel jetzt einfach, auch wenn wir es nachts halb drei haben. Und frag dort, ob es dort diese Person gibt, ob die hier wohnt und so weiter. Und klingel einfach, weil da brennt Licht, da wohnt jemand und der ist auch noch wach. Habe allen Mut zusammengenommen und die Türen, die waren immer so, nochmal ein Gitter zur Sicherheit davor, dass man aufmachen kann. Das habe ich sonst gekannt aus Südafrika, da ist es oft so, dass man ein Gitter davor hat und danach erst die eigentliche Tür einfach zur Sicherheit. Und das war dort auch so und habe allen Mut zusammengenommen und habe geklingelt. Und dann erst mal nichts. Ich habe dann nochmal geklingelt. Mir war echt inzwischen alles egal. Ich meine, ich war komplett übermüdet, seit über 40 Stunden unterwegs, bin mit dem Zug die ganze Strecke gefahren, weil ich ein möglichst günstiges Ticket haben wollte und Fliegen mir zu teuer war und so weiter. Und ich Zugfahren halt einfach liebe. Und die Zug, die Bahnfahrt, die war auch toll. Also die ging über Budapest und dann durch Bukarest und dann nach Bulgarien. Also wunderbare Zugfahrt. Aber ich war einfach durch. Und dann öffnet sich diese Türe und die Frau steht da mit ihrer Family, mit ihrer Mutter, mit ihrem Bruder, mit ihrer Oma und machen auf, schließen die Skitter auf und fallen mir um den Hals alle. Also sind mir wirklich alle um den Hals gefallen. Haben mich alle auf die Wangen geknutscht und waren mega happy, dass ich angekommen bin. Im Nachhinein einfach die unglaublichste Story und ja, einfach nur krass. Einfach nur ein riesig krasses Erlebnis. Also die Frau hat es tatsächlich gegeben. Petra heißt sie. Ich habe sie inzwischen aus den Augen fälle und Petra, wenn du siehst, melde dich auf jeden Fall. Es war die krasseste Story. Und ja, und letzten Endes hat sich Folgendes rausgestellt. Die waren wirklich am Bahnhof, aber der Zug hatte Verspätung. Aber das Personal am Bahnhof hat ihnen kommuniziert. Der Zug fällt aus und fährt nicht. Und dieser Zug fährt nur einmal am Tag. Und sie haben natürlich gedacht, okay, Dominik wird nächsten Tag kommen mit dem gleichen Zug, wird abends dort ankommen und dann stehen wir wieder da und holen ihn vom Bahnhof ab. So einfach ist das. Das ist die Auflösung von der Geschichte. Und sie ist zum Glück gut gegangen und war eine krasse Erfahrung. Und wie komme ich jetzt von dieser Geschichte zum Buchtipp? Ganz einfach. Ich liebe Bahnfahren. Und deswegen kommt dieses Buch in meine Top 100 Buchtipps. Nämlich die Geschichte ist wahr, die ich gesagt habe und die auch wirklich ich erlebe. Vielleicht schreibe ich die auch mal irgendwann in ein Buch. Aber dieses Buch geht um die schönsten Bahnstrecken der Welt. Und wusstest du, dass eine der Top 10 schönsten Bahnstrecken der Welt, die ist hier in Europa. Und es ist jetzt nicht die Bahn, an die man sofort denkt. Schweiz, dort die Berge, Beninia Express, sonst was. Nein, sondern diese Bahnstrecke, die geht von Bukarest, von Rumänien nach Montenegro, nach Bar oder Bari. Dort geht diese Bahnstrecke hin und die ist echt traumhaft. Die bin ich inzwischen zweimal gefahren. 14 Stunden bist du unterwegs, fahr die Strecke natürlich tagsüber, weil es gibt auch eine Nachtverbindung. Und die ist einfach traumhaft. Die ist wunderschön. Du tuckerst da langsam lang. Du hast traumhafte Ausblicke. Du kommst dir vor wie in einer komplett anderen Welt. Und das ist echt krass. Und die schönste Bahnstrecke. Und die ist auch natürlich in diesem Buch der schönsten Bahnstrecken der Welt. Und da ich einfach extrem Bahnfahren liebe, vor allem in anderen Ländern, jetzt in Deutschland nicht unbedingt immer so, sondern vor allem in anderen Ländern, deswegen empfehle ich hier diese Amazing Drain Journeys und mit den besten Strecken der ganzen Welt. Echt traumhaft. Und vielleicht erlebst du auch so eine Geschichte. Wenn ja, schreib mir eine E-Mail über deine Geschichte. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier den Channel. Lass einen Daumen hoch da oder teile auch dieses Video, diese krasse Geschichte. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis bald, dein Dominik. Ciao.